Cinque Terre, Italien. Am Dorfhang von Manorola ist die berühmte Lichterkrippe, die größte der Welt, eröffnet worden. Bis zum 31. Januar ist sie zu bewundern. Sie besteht aus mehr als 300 Figuren, 15.000 Glühbirnen. Wegen des Wetters war die Einweihung in diesem Jahr verschoben worden. Gekrönt wurde das schöne Fest wie in jedem Jahr von einem Feuerwerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017